Wir haben heute ein Teil von unserem Bogenkino geschickt bekommen und das packen wir jetzt aus. Ach, Überraschung! Päckchen im Päckchen-System. Bei der US-Materieke. Das erste, was ihr natürlich schon entgegen möchtet, ganz richtig, die Bedingungen für Männer. Jawohl, die nächste Weltmeisterschaft kann kommen. Yeah! Zeig mal hier, dreht mal. Komm, Panna, ich spiele mit der Kamera. Ja, komm, zeig's mir, Baby. Oh, yeah! Hat Anschlüsse. Sehr gut. Da kann man was reinstecken. Sehr schön. Die Projekte schon mal. So, Weihnachten, zwei Dateien. Was haben wir denn noch alles da drin? Juhu! Wir haben ein Logitech Soundsystem. Ich bin jetzt noch ein Logitech. Und dann elf Doröse oder eine Karte. Ja, wir haben sie Ende. Und jetzt noch ein Abschluss, wir können noch einbekommen sehr gut, weil ich das weg thieves verabschiede. Und dann das gleiche, was ich jetzt noch Geld habe. Ich habe das hier inellyte. Was ist so? Ich habe das hier in der Tür? Ich habe das hier in der Tür? Dann hat das hier in der Tür. Dann wir uns dann noch einfaches Gerät. Und das in der Tür. Ein Fußpedal. Ein Fußpedal. Fass ich gut auf einmal. Das hat wohl wohl gehen. Oh endlich, dann brauchen wir nicht mehr mit Bleistipps und Papier schreiben. Schau da heiß aus. Schick. Ja da kommen wir auch gescheitene Sticker. Natürlich. Moment, das ist wichtig. Damit der Endverbraucher sieht, dass hier wirklich an alles gedacht wurde. Hallo. Nur nicht an das Baby. An das Baby holt wieder kein Ding. So. Das war's für's Erste. Nächste Mal kommt's target. Das ist eigentlich nur in einem anderen Video. Das war's für's Erste. 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 Bis zum nächsten Mal.